Ich bin noch viel zu früh, um aufzustehen. Guten Morgen. Tschüss. So, jetzt habe ich Musik. Hallo. Kommt, ich habe wieder einen Schneemann-Bahn. Es ist mega kalt, schnell wieder rein. Endlich wieder ein Bahn. Jetzt noch eine Aufgaben erledigen, dann bin ich fertig für heute. Wow, schon wieder so spät. Genau. — Nein. Untertitelung des ZDF, 2020